So, jetzt glaube ich, sind wir soweit. Jetzt sehe ich auch die Option, meinen Bildschirm zu teilen. Alles klar. Gut, jetzt nochmal ganz kurz das Signal an das Publikum. Sehen Sie meinen Bildschirm bzw. meine Folien? Okay. Ja, dann gehe ich davon aus, dass es funktioniert. Ja, willkommen an alle zu dieser Ausgabe von Day Trading Strategien mit dem Ninja Trader. Heute beschäftigen wir uns mit einer Strategie von Larry Williams, die die Volatility Breakout Strategie heißt und die auf 5-Minuten-Charts angewendet wird. Und wie Sie vielleicht sehen werden, besonders sich gut für Long-Positionen eignet. Ja, aber bevor wir loslegen, vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Wie vorhin schon erwähnt, mein Name ist Daniel Sinnig. Ich bin vom Studium her Software-Ingenieur oder Software-Architekt, wie es auf Neudeutsch heißt. Und ich werde jetzt meinen Bildschirm noch ganz kurz auf vollsetzen. Ja, und habe mich seit einigen Jahren auf die Entwicklung von automatischen Handelssystemen spezialisiert. Ja, die schreibe ich für Kunden, aber die vertreibe ich auch über unsere Handelsplattform BlackCherry Invest, TradingIndicators.com und TradingDashboards.com. Ja, ich wohne schon seit fast 20 Jahren in Kanada, in Montreal und grüße Sie heute auch aus Québec bei herrlichem Wetter. Ja, wir hatten gestern Herbstanfang, wie in Deutschland natürlich auch. Und ja, es ist momentan aber noch sehr, sehr angenehm hier in Montreal. Das wird sich dann wahrscheinlich in ein paar Monaten ändern. Ja, gut. Gut, worum geht es heute? Wir werden uns um die automatische oder die Erstellung von automatischen Handelssystemen widmen und speziell um das Daytrading, einem Daytrading-System. Bevor wir loslegen, noch zur Risikooffenlegung. Wie Sie wissen, ist der Handel mit Aktien, Futures, Forex, CFDs mit sehr hohem Risiko verbunden und nicht für jeden Investor geeignet. Wenn es um automatische Handelssysteme geht, spielt das Backtesting immer eine große Rolle. Backtesting erzeugt hypothetische Performance, die jedoch seine Einschränkungen hat. Die hypothetische Performance entspricht oftmals nicht der Realität oder wie es denn gewesen wäre in der Vergangenheit. Und natürlich wissen Sie auch, dass Profite, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, keine Garantie dafür sind, dass sie auch in der Zukunft auftreten werden. Gut. Ja, worum geht es heute? Es geht um die Volatility Breakout-Strategie, die von Larry Williams entwickelt wurde. Larry Williams ist ein Trader, der speziell in der USA relativ bekannt ist. Er hat sich auf Short-Term-Trading spezialisiert. Und diese Strategie, die Volatility Breakout-Strategie, hat er in seinem Buch Long-Term-Secrets to Short-Term-Trading ausführlich beschrieben. Ja, das Buch ist empfehlenswert. In dem gibt es auch noch relativ viele andere Strategien, die er da ausführlich behandelt. Aber in diesem Webinar widmen wir uns der Volatility Breakout-Strategie. Die wird auf 5-Minuten-Charts angewendet, wenn man Larry Williams-Muster folgt. Und, ja, allgemein ausgedrückt berechnet diese Strategie sogenannte Long- und Short-Breakout-Levels. Ja, diese Levels werden jeweils auf der Preisspanne des Vortages berechnet. Wie sieht diese Preisspanne aus? Relativ einfach. Man nimmt sich das Hoch des Vortages und zieht davon den Tiefpreis des Vortages ab. Daraus gibt es dann eine Preisspanne. Und diese Preisspanne wird dann verwendet, um diese Breakout-Levels für den jetzigen Tag, für den heutigen Tag festzulegen. Und die Idee hierbei ist, ja, wenn diese Levels durchbrochen werden, zum Beispiel zur oberen Seite, zur Long-Seite, dann, ja, wettet diese Strategie darauf, dass der Preis noch eine Zeit lang in diese Richtung weiter folgt. Ja, und darauf kann man dann seine Profite erzielen. Ähnlich sieht es dann auch für die Short-Richtung aus, ja, wenn die untere Preisspanne, die untere, das untere Level durchbrochen wird, ja, wettet die Strategie darauf, dass die Preisbewegung auch noch eine Zeit lang zur unteren Seite anhält. Gut, soviel zur Intuition. Vielleicht noch ein paar Screenshots, wie diese Strategie aussieht, bevor wir uns dann sofort auch der Programmierung widmen. Ja, hier auf der rechten Seite habe ich eine grüne Linie eingezeichnet und eine rote Linie, ja, die startet jeweils vom Session-Start des Tages bis hin zum Session-Ende. Ja, das sind diese sogenannten Breakout-Levels. Die grüne ist die Long-Breakout und die rote ist die Short-Breakout, das Short-Breakout-Level. Ja, wie wird das berechnet? Ja, nimmt sich daher das Hoch des Vortages, wie hier zum Beispiel, vielleicht bei 1,42, naja, 1,42, 1,41, 60. Und man nimmt sich das Tief des Vortages, bei 1,38, 40 vielleicht, ja, bildet die Differenz, ja, vielleicht hier ungefähr zwei Punkte, ja. Ja, und so, dann hat man diese zwei Punkte, diese multipliziert man dann mit 0,25, nimmt ein Viertel davon, um in unserem Fall dann, ja, 0,5 Punkte. Und diese addiert man auf den Eröffnungspreis der heutigen Session. Wo sieht man den Eröffnungspreis? Den sieht man hier, wir hatten die Session mit einer Down-Bar angefangen. Und wir haben jetzt praktisch auf diesen Eröffnungspreis, ja, unsere 0,5 Punkte addiert, um die obere Range zu berechnen und dann 0,5 Punkte abgezogen für die untere Range. Ja, und so ergeben sich dann, ja, diese Breakout-Levels. Gut, wie handelt man mit diesen Levels? Das ist sehr einfach. Man wartet auf den Durchbruch des Preises eines Levels, ja, wie zum Beispiel hier zur Long-Seite. Also, sobald dieser Preis dieses Level durchbricht, gehen wir hier eine Long-Position am Markt ein, ja. Und das Gleiche für den Short-Einstieg, wenn das untere Level durchbrochen wird, wie man hier zum Beispiel sieht, gehen wir eine Short-Position ein. Also, die Einstiege sind wirklich sehr simpel gehalten in der Strategie. Gut, ein paar zusätzliche Details zu dieser Strategie. Ja, man handelt sie Long oder Short, wie schon eben beschrieben. Wir werden einen Time-Filter in die Strategie einbauen, mit dem wir unsere Trades auf eine Uhrzeit beschränken oder auf eine Tageszeit beschränken. In diesem Fall werden wir standardmäßig, ja, 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr morgens New York-Zeit handeln. Klar, wenn Sie am DAX handeln oder mit deutschen Aktien handeln, müssen Sie die Uhrzeit jeweils auf, ja, den deutschen Handelsstart anpassen. Wie sieht der Ausstieg aus? Wir werden einen Stop-Loss einbauen, der 1% vom Einstiegspreis liegen wird. Ein Take-Profit, ein Gewinnstil von 2% und auf jeden Fall wird unsere Strategie die Position zum Session-Ende schließen. Ja, das ist wirklich eine Intraday-Strategie, die nicht über Nacht gehalten wird. Gut, der Nutzer soll auch Parameter haben, mit denen er die Strategie konfigurieren kann. Das sind unter anderem die Tretgröße, das heißt, wie viele Aktien dann gehandelt werden. Ab wann wird gehandelt und bis wann wird gehandelt? Wie ist der Multiplikator unserer Vortagsrange? Ja, erinnern Sie sich an die 0,25? Ja, das ist der Wert, der Larry Williams nimmt, aber man kann diesen natürlich auch anpassen und optimieren. Ja, 0,25 mag nicht der beste Wert für jedes Symbol sein. Und um diesen optimieren zu können, werden wir ihn als Nutzerparameter festlegen. Zürzlich legen wir auch noch Parameter fest, um entweder die Strategie Long oder Short handeln zu lassen. Das wird ein bolischer Wert sein. Und Parameter für das Gewinnziel sowie für das Stop-Loss. Standardmäßig auf 2% und 1%. Okay, ja, gibt es Fragen soweit? Und Christoph, ich hoffe, du passt vielleicht ein bisschen auf. Falls es Fragen im Chat gibt, bin ich jederzeit gerne bereit, die auch während der Präsentation zu beantworten. Okay, ich glaube, es gibt noch keine Fragen. Dann lege ich einfach los. So, wir fangen jetzt sofort mit der Programmierung an. So, in diesem Fall besteht unsere Programmierung aus zwei Teilen. Ja, wir werden uns zunächst einmal einen Indikator bauen, der diese Breakout-Levels auf der Chart anzeigt. Und wenn dieser eigenen Indikator dann fertig ist, bauen wir uns unsere eigentliche Strategie, die auf die Werte dieses Indikators aufbauen wird. Gut, fangen wir an. So, dafür wechsle ich jetzt zu meinem Ninja-Trader. Gehe ins Kontrollzentrum und öffne als allererstes den Ninja-Script-Editor. Ja, über das neue Menü, dann Ninja-Script-Editor. Ja, jetzt ging dieser in einem anderen Fenster auf. Eine Sekunde. Super. Gut, um jetzt einen Indikator zu programmieren, drücken wir hier auf das Plus-Zeichen, um ein neues Add-on zu programmieren und wählen Indikator aus. Und als nächstes geben wir diesem Indikator einen Namen. Ja, in diesem Fall werden wir ihn Cap-Trader, ich wähle einfach nur C, Cap-Trader A, Volatility Range Indikator nennen. Gut, wir klicken auf Weiter. Ja, die Berechnung soll zum Handels-, soll zum Schluss, mit dem Schlusskurs passieren. Das heißt, Intra-Bar-Berechnungen sind nicht notwendig. Das ist aber auch okay. Und dieser Indikator soll als Overlay fungieren. Was ist ein Overlay? Das ist praktisch eine Visualisierung, die auf der eigentlichen Preischart passiert. Wenn wir jetzt das Overlay hier nicht angeklickt hätten, würde die Visualisierung in einem Sub-Panel unter der Chart passieren. Aber in diesem Fall wollen wir unsere Visualisierung auf der Chart haben. Ja, gut, weitere Eigenschaften sind okay. Hier können wir die Standorteinstellungen wiederverwenden und wir klicken auf Weiter. Zusatzdaten sind nicht notwendig und wir klicken wieder auf Weiter. Das ist auch okay. Okay, jetzt zu den Eingabe-Parametern. Das sind die Nutzer-Parameter, die der Nutzer festlegen kann für diesen Indikator. Und für diese Breakout-Levels ist es natürlich sinnvoll, diese 0,25, diesen Multiplikator als Parameter festlegen zu lassen. So hat der Nutzer die Möglichkeit, diesen zu optimieren und zu konfigurieren. Dann klicken wir auf Hinzufügen, geben unserem Parameter einen Namen, in diesem Fall Multiplikator. Und es ist eine gebrochene Zahl, eine Dezimalzahl. Wir wählen hier den Datentyp Double aus. Standardwert ist 0,25, das ist unsere Standorteinstellung. Und der Minimalwert, ja, vielleicht als Minus 1, falls der Nutzer wirklich eine negative Range festlegen möchte. Okay, wir klicken auf OK und klicken auf Weiter. So, in diesem Fenster hier können wir jetzt unsere Plots festlegen. Ja, das ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Als Flächen und Linien, aber was man hier wirklich festlegt, sind unsere, ja, unsere Ausgaben der Visualisierung. Wir wollen jeweils eine Linie haben, ja, für die obere Breakout-Range und eine Linie für die untere Breakout-Range. Ja, also fügen wir zwei solche Plots, solche Linien hinzu. Ja, hinzufügen. Ja, die erste werde ich By-Entry nennen. Ja, das ist unsere obere Linie. Die ist als Plot festgelegt. Und als Plot-Stil nehmen wir hier nicht Linie, sondern hashen. Ich erkläre Ihnen nachher gleich, warum das sinnvoll ist. Und stattfindlich werden wir dieser Linie, ah, sagen wir eine grüne Farbe zuordnen. Ja, green. Und klicken auf OK. Gut. Das gleiche jetzt nochmal für die, ja, Short-Entry-Linie. So, Cell-Entry. Wir wählen wieder Hash aus. Und geben dieser Linie in diesem Fall eine rote Farbe und klicken auf OK. Gut. Soweit, so gut. Gut, jetzt haben wir das Skelett unseres Indikators erstellt und können hier auf Generieren klicken. Ja, zurzeit ist es mit dem Ninja Trader noch nicht möglich, die Logik, die Berechnungslogik des Indikators, ja, per Drag-and-Drop festzulegen. Hier muss man ein bisschen selbst kodieren. Aber wie Sie sehen werden, ist es wirklich sehr einfach. Gut. So. Es wird uns praktisch jetzt der Quellcode dieses Indikators angezeigt. Und in diese Methode hier, in diese Funktion können wir dann hier, können wir unsere Berechnung einfügen. Gut. So. Wie wird die obere Linie berechnet? Ja. Die obere Linie heißt By-Entry, falls Sie sich erinnern, so hatten wir unseren Plot genannt. Ja. Und jetzt, ja, müssen Sie mir einfach vertrauen, mit der Syntax, ja, muss praktisch diese 0 in, ja, eckigen Klammern auch hinzufügen. Das hat auch einen Sinn, aber dahin möchte ich jetzt nicht ausschweifen, ja. Aber die Berechnung ergibt sich aus dem Folgen. Die ergibt sich aus dem, ja, dem Open-Preis der heutigen Session plus dem Multiplikator mal der Range des Vortages. Ja. Das war ja unsere Berechnung. Okay. So. Wie kriegen wir den Open-Preis der heutigen Session raus? Glücklicherweise gibt es dafür schon eine vordefinierte Funktion im Ninja-Trader. Und die heißt auf Englisch Current-D-O-H-L. O-H-L für Open, High und Low. Ja. Das ist eine Funktion, deswegen brauchen wir jetzt diese, ja, diese Klammern. Und, ja, wir wählen uns von dieser Funktion den Open-Preis aus. Das macht man über diese Punktnotierung und schreiben Current Open, ja. So. Und wiederum auf Wert Null, ja. Hier addieren wir jetzt unseren, ja, unseren Multiplikator mal die Preisspanne hinzu. Ja, mal Multiplikator. So hatten wir ja unseren Parameter genannt, ja. Und mit dem Multiplikator multiplizieren wir jetzt unsere Preisspanne. Wie ergibt sich die? Ja, die ergibt sich aus dem Hoch des Vortages minus dem Tiefen. des Vortages. Dafür gibt es auch wieder eine eingebaute Funktion im Ninja-Trader. Die heißt Prior-D, wie Vortag, ja. O-H-L-C, ja. Wiederum als Funktion, deswegen müssen wir jetzt wieder diese Klammern nehmen. Und hier wählen wir jetzt das Prior High aus. Das Vortags-High. Minus, ja, das Vortags-Slow. Das kopiere ich mir das hier rüber. Ja. Und schreibe hier Prior Low. Ja, das gibt mir jetzt die Preisspanne des Vortages. Ich schließe meine Klammer. Und insofern ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, müsste das jetzt korrekt unsere obere Linie, ja, der Volatility Breakout Range berechnen. Gut. Das Gleiche machen wir jetzt für den Cell Entry. Ich kopiere mir die ganze Linie, ja, und berechne jetzt meinen Cell Entry. Und den einzigen Unterschied, den wir machen müssen, ist das Pluszeichen in ein Minuszeichen zu, ja, umzuwandeln. Und das berechnet jetzt sehr ähnlich wie zum Buy Entry unsere Cell Entry-Linie. Gut. So weit, so weit, so gut. Hoffen wir, dass es kompiliert. Um den Indikator zu kompilieren, rechtsklicken mit der Maus und wir klicken auf Kompilieren. Und das dauert bei mir immer eine kleine Zeit. Aber sofern es dann klappt, müssten wir jetzt diesen Indikator, ja, zur Verfügung haben. Und dazu gehe ich jetzt zurück zum Kontrollzentrum und öffne mir jetzt eine neue Chart. Ja, Chart. Hier wähle ich mir jetzt mal Microsoft aus. MSFT. Okay. Ja, mein Computer kompiliert noch im Hintergrund. Und hier werde ich eine 5-Minuten-Chart, ja, öffnen. Und vielleicht für 100 Tage, für die letzten 100 Tage. Und klicke auf OK. So, jetzt geht dieses Chart auf meinem Bildschirm aus. Und ich kontrolliere nochmal ganz kurz, ob, ja, ob das geklappt hat. Ach, Sie sehen, es hat nicht kompiliert. Ja, es hat damit so, dass ich mich verschrieben habe. Es ist Current D mit T natürlich. Gut. Ähne ich das noch ganz kurz um. Current D und kompiliere noch einmal neu. Und hoffentlich klappt es jetzt alles, ja. Sie sehen hier an diesem Symbol, dass die Kompilierung noch läuft. Das sollte bei Ihnen wesentlich schneller gehen. Bei mir habe ich jetzt da natürlich sehr viele Ninja Trader Add-ons installiert, die jeweils immer mitkompiliert werden. Deswegen dauert das, ja, ein paar Sekunden länger als bei Ihnen. Gut. So, während das jetzt kompiliert, gehe ich zurück zur Chart. Und, ja, hier werde ich jetzt gleich diesen Indikator auf diese Chart anwenden. Ah, er kompiliert immer noch. Das dauert jetzt wirklich relativ lange. Ist aber beim ersten Mal auch nur der Fall. Gut. Es hat geklappt. Zurück zur Chart. Gut. Um diesen Indikator jetzt anzuwenden, rechtsklick auf die Chart. Wir gehen zu Indikatoren und wählen uns in dem Dialogfenster unseren neu gebauten Indikator aus. Ja, der hieß C Volume Range Indikator. Hier ist er. Ja. Doppelklick. Und jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite, dass wir den Multiplikator, also unseren 0,25 als Nutzerparameter festgelegt haben. Belassen ist es einmal so. Und wenden diesen Indikator auf die Chart an. Gut. So, das berechnet jetzt. Und wie Sie sehen, ja, werden jetzt unsere Breakout Lines, unsere Linien, sehr schön für jede Trading Session dargestellt. Wie Sie auch sehen können, werden diese Linien zum Beginn jeder Session, ja, das ist immer diese gestrichelte Linie hier, neu berechnet. Und das macht ja auch Sinn. Super. Noch eine kurze Bemerkung. Warum hatten wir als Linientyp Hash genommen? Ja, und nicht das standardmäßige Linie, ja. Ja, das können wir jetzt einmal mal ausprobieren, ja. Unter Plots hier kann man den Linientyp oder den Linien, den Plotstil nochmal als Nutzer anpassen. Jetzt wählen wir einmal Linie aus, so wie es standardmäßig eingestellt war. Ja, und gucken, was passiert. Okay, ich wende das an. Wie Sie jetzt sehen, in dem Linientyp sind diese Linien immer miteinander verbunden, ja. Und das sieht eigentlich nicht so schön aus. Das ist beim Hash-Typ nicht der Fall, ja. Da werden diese Linien nicht verbunden jeweils. Und das sieht dann besser aus, ja. Deswegen werde ich, ja, den Linientyp, den Plotstil wieder auf Hash zurückstellen. Dann, super. So, wieder zurück auf Hash. Wir klicken auf OK. Um Sie jetzt sehen können, ja, wird unsere grüne Linie jetzt wieder als nicht verbunden dargestellt. Okay, so, zurück zur Strategie. Wie würden wir diese Strategie handeln, ja. Zum Beispiel nehmen wir uns diesen Tag hier einmal vor, ja. Der Tag öffnet hier auf diesem Level, ja. Sobald der Preis, in diesem Fall in der ersten Bar, unser Breakout-Level zur oberen Seite durchschreitet, gehen wir eine Long-Position ein, ja, in diesem Fall. Und die wird dann so lange gehalten, bis wir entweder das Gewinnziel erreicht haben, ja, ausgestoppt sind oder bis die Session endet. Ja, erinnern Sie sich, jede Position wird mit dem Session Close geschlossen in dieser Strategie. Und das Gleiche zur Short-Seite, ja, suche ich mir mal eine, ja, in diesem Fall. Hier würden wir, ja, unseren Short-Trade auch in der ersten Bar eingehen. Und in diesem Fall werden wir wahrscheinlich ausgestoppt worden, weil der Preis sich dann kurz danach wieder umkehrt zur oberen Seite. Ja, aber die Idee ist klar. Ja, sobald der Preis diese untere Linie durchbricht, gehen wir eine Short-Position ein. Okay, gut, dann legen wir mal los. Um diese Strategie zu erstellen, ja, betätigen wir uns des Ninja Trader Strategy Builders, mit dem wir diese Strategie per Drag und Drop erstellen können. So, wir öffnen diesen Strategy Builder und geben dann zunächst unserer Strategie einen Namen, sobald jetzt dieses Dialogfenster auch aufgeht. Da haben Sie ein bisschen Geduld. Da ist er. Okay, super. Also wir wählen eine neue Strategie aus und geben diese Strategie einen Namen. In diesem Fall wieder Cap Trader Volatility Breakout Strategie. Ja, Volatility Breakout. Und klicken auf nächstes. Ja, die Berechnung, ja, wird zum Schlusskurs durchgeführt. In diesem Fall wollen wir aber, dass unsere Berechnung nicht per Schlusskurs gemacht wird, sondern mit jedem Tick. Ja, wir wollen ja genau das Level treffen, wenn das durchschritten wird. Nicht erst, wenn die Bar schließt, ja. Dann könnte die Bar natürlich schon viel weiter weg sein. Ja, wir wählen uns hier dann anhand des Ticks aus. Und wir stellen auch sicher, dass Exit zum Handelsschluss, ja, Handelsschluss, der in der Rechtschreibfehler auch ausgewählt ist. Okay. Und wir klicken auf nächstes. Ja, Zusatzdaten brauchen wir für diese Strategie nicht und wir klicken auf weiter. So, jetzt zu den Nutzerparametern. Ja, welche Parameter hatten wir uns da ausgedacht? Ja, wir wollten auf einmal die, wollten die Tretgröße festlegen. Wir wollten die Trading Session festlegen. Wir wollten festlegen, ob wir eine Long-Position eingehen möchten oder eine Short-Position. Und wir wollten auch Prozentwerte für unser Gewinnziel und auch für unser Stop-Loss als Parameter festlegen. Gut, wie machen wir das? Wir klicken hier auf hinzufügen und wir fangen mit unserer Tretgröße an. Ja, Trade Size auf Neudeutsch. Ja, das ist eine ganze Zahl, in dem Fall Int. Ja, und startmäßig vielleicht den Wert 100, also 100 Aktien standardmäßig. Minimalwert ist 1. Ja, jetzt fügen wir unseren Trading Start, unseren Handelsstart hinzu. Ja, Trade Start. Ja, vom Datentyp Time, also Zeit. Und ja, startmäßig nehmen wir hier 9.30 Uhr morgens. In meinem Fall ist es New York Side, also EM. Okay. Dann das Trade Ende. Wieder vom Typ Time. Und in dem Fall hatten wir gesagt, 10.30 Uhr wird unser letzter Trade geöffnet. Öffnet natürlich auch EM, ist ja vormittags. Und wir klicken auf Weiter. Gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auch noch einen Parameter für unseren Multiplikator. Ja, den hatten wir jetzt schon im Indikator festgelegt. Aber da jetzt unsere Strategie den Indikator aufrufen wird, muss diese Parameter an den Indikator von der Strategie weitergegeben werden. Ja, deswegen brauchen wir jetzt als zusätzlichen Parameter auch noch den Multiplikator in unserer Strategie Multiplikator. Gut. In dem Fall als Dezimalzahl standardmäßig 0,25. Ja, Minimalwert hatten wir gesagt 1. Und sagen, okay. Gut. Jetzt fügen wir ja unser Gewinnziel hinzu. Ja, so Take Profit. Und das legen wir als Prozentwert fest. Und ja, stattmäßig nehmen wir hier einen Prozentsatz von 0,01, was einem Prozent entspricht. Ja, also wenn unser Preis um ein Prozent steigt, ja, schließen wir unsere Position. Und Minimalwert ist 0. Und das gleiche für das Stop-Loss. Stop-Loss-Percent auch als Dezimalzahl Double. Ja, und in dem Fall ist Stop-Loss bei 0,02, also 2 Prozent. Wenn unser Preis um 2 Prozent fällt, dann schließen wir diese Position mit einem Verlust. Und als letztes legen wir noch fest, ob unsere Strategie, ja, Long oder Short handeln soll. Ja, dazu auch ein Parameter, den wir als boolischen Parameter festlegen, ja. Und ich werde ihn als Trade Long nennen. Ja, wenn dieser Parameter angeklickt ist, also als wahr angeklickt ist, handelt die Strategie Long. Und wenn dieser Parameter als nicht wahr angeklickt ist, handelt diese Strategie in dem Fall als Short. Ja. Und wir klicken auf OK. Gut, ich denke, das wäre es mit den Parametern. Falls wir was vergessen haben, kommen wir dann nachher nochmal auf diese Parameter zurück. Und wir klicken auf Weiter. Gut, jetzt zur Handelslogik. Ja, denken wir einmal ganz kurz drüber nach, wie wollen wir handeln? Ja, wir wollen praktisch festsetzen, dass wir uns in unserem Zeitfenster befinden. In diesem Fall von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, ja, so zum Anfang des Handelsstarts. Und wenn in diesem Zeitfenster jetzt ein Ausbruch zur oberen Seite, ja, geschieht und wir die Strategie als Long-Strategie konfiguriert haben, dann wollen wir ja eine Kaufposition eingehen. Und falls wir die Strategie als eine, ja, eine Verkaufsstrategie konfiguriert haben und ein Durchbruch zur unteren Seite passiert, wie vielleicht hier, wollen wir eine Verkaufsportion, also einen Mehrverkauf eingehen von dieser Strategie. Gut, wie können wir das konfigurieren? Fügen wir zunächst unsere Bedingungen hinzu und zunächst für den, ja, für den Kauffall. So, hinzufügen. Zunächst stellen wir sicher, dass wir uns im Zeitfenster befinden. Dazu wählen wir hier Zeit aus. Um die Zeit herauszukriegen, die wir gerade haben, klicken wir hier auf Zeitfolgen. Ja, und die Zeitfolge, das hört sich vielleicht ein bisschen umständlich an, die muss größer sein als die vom Nutzer angegebene Startzeit, Trade Start. Ja, und gleichzeitig muss diese Zeitfolge auch kleiner sein als das Trade Ende. Und jetzt werde ich hier noch eine ganz kleine Anpassung festlegen. Wir werden nicht größer sagen, sondern größer gleich, ja. Das heißt, dass Trades entweder um 9.30 Uhr oder später als 9.30 Uhr oder genau um 9.30 Uhr geschehen dürfen. Ja, das Gleiche für die Endzeit. Wir wählen wieder Zeit aus, Zeit folgen. Und in dem Fall muss die Zeit, die jetzige Zeit, kleiner oder gleich sein als die vom Nutzer angegebene Endzeit des Handels. Gut, was brauchen wir noch? Ja, wir müssen auch noch gucken, ob, ja, na klar, ob der Preis jetzt, nee, zunächst gucken wir, ob der Nutzer auch Long Trades angeklickt hat. Ja, wie kriegen wir das hin? Wir fügen eine weitere Bedingung hinzu. Wir wählen uns unseren Benutzerparameter aus, ja, der Trade Long heißt, wenn Sie sich erinnern. Ja, und wenn dieser wahr ist, ja, dann handelt es sich hierbei tatsächlich um eine Long Strategie. Ja, wir wählen hier unter divers zutreffend aus. Also, wenn diese Parameter auf Waage setzt ist, das heißt, er trifft zu, ja, dann ist unsere Strategie als Long Strategie konfiguriert. Gut, was brauchen wir noch? Na klar, die wichtigste Bedingung ist der eigentliche Durchbruch des Levels, ja, wie Sie sich vorstellen können. Ja, die haben wir uns bis ganz zum Schluss aufgespart. Wir klicken wieder auf hinzufügen und wählen jetzt aus den Preis, ja, in dem Fall den Ask Preis unserer Strategie, ja, der muss größer sein als unser Level. Ja, wir wählen hier als größer aus. Und jetzt müssen wir uns unser Level auswählen, ja, wie ist das, wie wird das Level berechnet? Ja, das wird ja schon von unserem Indikator berechnet, ja, den gibt es ja schon. Wir wählen jetzt hier Indikator aus, ja, eine Sekunde, ja, und der hieß C, wie hatten wir ihn genannt? C Volatility Range Indikator. Wir stellen hier unten noch sicher, dass, ja, eher im Chart angezeigt wird und dass wir hier wirklich die obere Linie des Indikators wollen, nicht die untere. Das wird über diesen Anzeigewert festgelegt, ja, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Da haben wir ja mal zwei verschiedene Linien in dem Indikator, entweder Buy Entry oder Sell Entry. In diesem Fall wählen wir aber Buy Entry aus für, ja, für Kaufentscheidungen. Der Multiplikator ist hier jetzt als 0,25 hart kodiert. Ja, das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja, dass dieser Multiplikator vom Nutzer der Strategie festgelegt werden kann. Ja, um diese Hartkodierung aufzulösen, klicken wir ja auf Set und wählen hier, anstelle die Zahl direkt einzugeben, den Nutzerparameter Multiplikator aus und klicken auf OK. Ja, das heißt, dass praktisch dieser, ja, der Multiplikator für den Indikator vom Multiplikator-Parameter von der Strategie kommt. Okay, und wir klicken auf OK. Für unsere Kaufentscheidung, das gleiche jetzt nochmal für den Verkaufsfall. Ja, oh, ich habe natürlich noch etwas vergessen, ja, als aufmerksame Zuhörer haben Sie es vielleicht gemerkt. Die Aktion, das, was passieren soll, wenn diese Bedingungen zutreffen, haben wir noch nicht definiert. In dem Fall ist unsere Aktion, dass wir eine Long-Position eingehen, also eingehen, eine Long-Position. Ja, Tretgröße ist die vom Nutzer festgelegte Trade Size. Ja, gehen wir hier runter, Trade Size, kommt von dort. Signalname können wir weglassen. Wir klicken auf OK. OK. Gut, jetzt haben wir auch unsere Aktion festgelegt. Und wir klicken, ja, und jetzt definieren wir unsere Bedingungen und unsere Aktionen für den Verkaufsfall. So klicken wir hier auf Plus. Und wir sehen jetzt nochmal die gleichen Bedingungen aus, die wir auch schon für den Kaufsfall hatten. In dem Fall muss, ja, unsere Zeitfenster eingehalten sein. Also Zeitfolge muss größer oder gleich sein als die vernutzer-spezifizierte Trade Start. Das gleiche für das Trade Ende. Zeitfolge kleiner oder gleich als das Trade End Parameter. OK. Was muss noch vorliegen? Klar, die Strategie muss als Short Strategie definiert sein. Wir klicken hier wiederum auf Hinzufügen. Ja, das heißt, unser Parameter Trade Long muss nicht zutreffen, ja. Also ist ungleich zutreffend. Wo haben wir es? Ist gleich, ist nicht gleich zutreffend. Super. Und jetzt als letzte und wichtigste Bedingung, ja, der Preis muss die untere Linie durchschreiten. OK. So, wir wählen uns hier unseren Ask Preis aus. Ja, und diese muss kleiner sein als die untere Linie unseres Indikators. Wir wählen hier auf der rechten Seite den Indikator aus. See Volatility Range. Wichtig ist hier aber, dass wir jetzt die untere Linie auswählen, ja. Also Sell Entry. Super. Und der Multiplikator wird durch den Nutzer Parameter bestimmt. Wir klicken auf OK. Gut. So, das sind unsere Einstiegsbedingungen. Legen wir jetzt auch noch unsere Ausstiegsbedingungen fest. Wir klicken auf Weiter. Und hier können wir unsere, ja, unser Gewinnziel und unser Stop Loss festlegen. Fürs Gewinnziel hatten wir gesagt, dass wir, ja, ein Gewinnziel prozentual angeben möchten. Ja, und der Prozentwert kommt vom Nutzer. Ja, klicken hier auf Set. Gehen zur Benutzereingabe und wählen uns unseren Take Profit Percent Parameter aus. Und das gleiche dann auch noch für unser Stop Loss. Wir klicken auf Hinzufügen. Wählen uns Stop Loss aus. Prozentual. Und setzen den, ja, auf den vom Nutzer festgelegten Parameter. Wir klicken auf OK. Gut. Ich denke, dass, ja, das wäre es dann für die erste Version dieser Strategie. Und wir können jetzt auf Kompilieren drücken. So, während das jetzt im Hintergrund kompiliert, werde ich in der Zwischenzeit, sobald mein Bildschirm nicht eingefroren ist, die Chart vorbereiten. Ja, was heißt das? Ja, ich werde praktisch die Strategie auf die Chart anwenden. Aber bevor ich das mache, werde ich den Indikator, der jetzt schon auf der Chart angewendet ist, entfernen. Ja, warum mache ich das? Ja, ganz einfach, weil wir durch die Strategie den Indikator automatisch auf die Chart anwenden werden. Ja, das heißt, falls wir den Indikator jetzt nicht von der Chart entfernen, hätten wir ihn zweimal angewendet. Das brauchen wir nicht. Ja, gut. Also nehme ich jetzt den Indikator erst mal von der Chart runter. Ja, so, entfernen und klicke auf OK. Indikator ist raus. Jetzt kann ich meine Strategie auf die Chart anwenden. So, wir wählen uns C wollte die Breakout aus. Ja, wir können prüfen hier, dass wir, ups, dass wir, dass alle Nutzerparameter richtig gesetzt sind. Ja, Trades von 100, von 0,30 bis 10,030, Multiplikator ist 0,25, Gewinnziel 0, also 1% und Stopplus ist bei 2%. Und in diesem Fall sagen wir, ja, wir wollen Long traden, ja, bei einem ersten Test. Gut, wir aktivieren unsere Strategie, das ist ganz wichtig, sonst passiert nämlich nichts. Und wir klicken auf OK. So, und hoffentlich, ja, passiert jetzt etwas. OK. Tja, wie Sie sehen, werden Trades gemacht. Aber gucken wir uns die mal etwas genauer im Detail an. Ja, das ist eine Long-Strategie. Ja, und wie Sie sehen hier zum Beispiel, ja, geben wir hier zwar eine Long-Position ein, aber viel zu spät, ja. Der Einstieg ist weit über dieser grünen Linie. Hm, das ist nicht gut. Ja, das ist, ja, womit könnte das zusammenhängen? Können wir vielleicht mal noch ein paar andere Fälle uns angucken, ja. Zum Beispiel hier, genau das Gleiche, ja. Wir gehen zwar eine Long-Position ein, aber wiederum viel zu spät. Ja, wir hätten eigentlich einen viel günstigen Preis für diese Long-Position haben können. Ja, das, ja, es ist ein Phänomen, das beim Ninja-Trader auftritt, ja, wenn man die Strategie auf historische Daten anwendet, ja. Ja, ja, die, der Back-Tester, der im Ninja-Trader eingebaut ist, der kann kein Intra-Bar, der kann keine Intra-Bar-Fills machen, ja. Ja, zumindest wenn die Strategie über diesen Strategie-Tester, äh, entschuldigen Sie, wenn die Strategie-Bilder gebaut worden ist, ja. Hm, so, was könnten wir jetzt machen, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen? Ja, das ist natürlich nicht ideal, weil, ja, wenn wir uns mal die Performance angucken, ja, von dieser Strategie, kann ich mir vorstellen, dass die nicht besonders rosig aussieht, ja. Oder vielleicht nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte, ja. In dem Fall hätten wir zwar einen kleinen Gewinn gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir unsere Einstiege, ja, besser hätten, zum Beispiel viel früher, würde dieser Gewinn noch viel höher ausfallen, ja. Ja, okay, ja, wie kann man diese Limitation des Ninja-Traders umgehen, ja, dazu gibt es einen Trick, und, äh, der geht, äh, wie folgt, ja, wir sind ja jetzt praktisch, äh, wir haben, ähm, ähm, ja, die Bedingung so spezifiziert, dass, äh, ja, wenn das Zeitfenster eingehalten ist und Preis größer ist als unsere Linie, dann gehe long am Markt, ja. Ja, wenn wir das so programmieren, dann wird unser Fill immer erst am Schluss der Kerze, das heißt, am ersten Tick der neuen Kerze eigentlich ausgeführt werden. Das wollen wir aber nicht, ja, so, jetzt gibt es aber einen Trick, das ist für mich praktisch eine Pending Order, eine Stop Buy Order, äh, abschließen, ja, mit dem Level der grünen Linie, dann würde unser Fill im Backtester zumindest auf diese Linie passieren, ja. Ja, wir sind jetzt noch gerade in der Phase, wo wir unsere Strategie, ja, testen müssen, möchten, gucken, ob sie auch profitabel ist, ja, dazu brauchen wir, ja, äh, ja, auch, dass die Backtest-Resultate so akkurat wie möglich sind, ja, also das ist wie ein Trick, äh, den wir nutzen können, um diese Strategie, ja, ähm, besser testen zu lassen. Äh, im Live-Trading übrigens, ja, das ist ja jetzt alles auf Backtest-Daten, würde diese Limitation nicht ins Gewicht fallen, dann würden unsere Filz wirklich auf dieser grünen Linie passieren, ja, im Backtest-Modus, ja, wenn immer historische Daten gefragt sind, oder Berechnungen auf historischen Daten gemacht werden, wird die Berechnung nur einmal durchgeführt, das heißt, am Ende jeder Kerze, deswegen kriegen wir diese komischen, ja, ungünstigen Filz. Aber, ähm, wir können hier unseren Trick anwenden, dazu noch einmal ganz kurz zurück zum Strategy Builder und ich werde jetzt die Strategie ein wenig umschreiben, ja, so, äh, wie soll sie funktionieren? Ja, ja, und ich sehe gerade, ich habe hier vergessen, meine Short-Position zu spezifizieren, aber da will ich die Strategie sowieso umschreiben, ja, berichtige ich mich jetzt erstmal nicht. Also für die Long-Position, ja, wenn das Trading-Fenster eingehalten ist, das sind unsere ersten beiden Zeilen hier, und die Strategie auf Long konfiguriert ist, dann wollen wir eine Buy-Stop-Order abschließen mit dem Preis der roten, äh, der grünen Linie, ja, okay, ich nehme jetzt diese Bedingung hier, dass der Preis diese, ähm, grüne Linie überschreiten muss raus, den brauchen wir ja nicht, weil die Buy-Stop-Order wartet dann praktisch als Pending-Order darauf, dass der Preis diese Linie überschreitet. Also ich entferne diese Bedingung und ändere jetzt unsere Einstiegsbedingung um, ja, eingehen in eine Long-Position mit Stop-Auftrag, ja, als Trade-Size nehmen wir wieder die vom Nutzer ausgewählte Trade-Größe, ja, Trade-Size, klicken auf OK, und der Stop-Preis ist jetzt unsere grüne Linie, ja, die vom Indikator berechnet ist. Wir klicken hier auf Set, gehen zum Indikator, ja, See Volume Range, wir wählen uns unsere grüne Linie aus, die Buy-Entry und den Multiplikator setzen wir wieder auf die Nutzereingabe und wir klicken auf OK. Gut, ähm, und das Gleiche jetzt nochmal für den, ähm, ja, Short-Einstieg, ja, wir wählen uns, äh, wir entfernen die Bedingung, dass der Preis die rote Linie unterschreiten muss und anstelle, äh, ja, setzen wir einfach eine Sell-Stop-Order auf die rote Linie, Auftragsmanagement, eingehen in einer Short-Position mit einem Stop-Auftrag, Anzahl ist die vom Nutzer bestimmte Trade-Größe und Stop-Preis ist die rote Linie unseres Indikators. So, ja, Volatility Range, ähm, ähm, Multiplikator wird auch vom Nutzer festgelegt und hier wählen wir die rote Linie aus, die Sell-Entry-Linie. Gut, wir klicken auf Kompilieren und hoffentlich, äh, ja, funktioniert jetzt unsere Strategie auch im Back-Tester so wie gewollt. So, das dauert jetzt natürlich wieder ein paar Sekunden, aber sobald es kompiliert ist, können wir die Strategie neu auf die Chart anwenden. Na, komm. Gibt es Fragen in der Zwischenzeit? Oder Bemerkungen? Ja, das ist nicht der Fall, okay, dann machen wir weiter. Gut, jetzt laden wir die Strategie neu, die wird über, ähm, Aktualisieren neu geladen, ja, und sobald ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, müssen unsere Filz jetzt auf der grünen Linie stattfinden, ja, wie Sie hier sehen können, ja, werden unsere Filz jetzt genau auf dieser Linie, äh, getriggert. Und das sieht natürlich jetzt schon wesentlich besser aus. Gucken wir uns jetzt nochmal die Performance an von dieser, von diesem Long-Entry und hier sehen wir, dass, ähm, ja, komischerweise, dass der Gewinn zurückgegangen ist. Ja, das kann passieren, ähm, okay. Okay, aber, ähm, nichtsdestotrotz ist das die realistischere Erwartungshaltung von der Strategie. Also, der, unser Trick hat zwar jetzt unsere Zahlen verschlechtert, komischerweise eigentlich, ähm, äh, ja, trotzdem war es richtig, äh, die richtigen Filz anzuwenden, sonst hätten, sonst hätten sie wahrscheinlich ja unrealistische Filz gehabt, und das wollen wir ja nicht für unser Backtesting, ja, die Backtest-Resultate sollen so realistisch wie möglich gehalten werden. Okay, gut, ähm, ja, so weit steht unsere Strategie schon mal zu funktionieren, vielleicht auch nicht mit den Resultaten wie gewünscht, aber vielleicht, ähm, ja, es ist nur ein Zufall, dass es vielleicht bei Microsoft nicht so rosig aussieht. Ja, wie können wir jetzt unsere Strategie auf verschiedenen Symbolen testen? Ja, das, das macht sich eigentlich nicht so gut in der Chart, weil da muss man die Strategie immer wieder einzeln auf jedes Symbol anwenden, den Test starten, auf das, auf die Performance, ähm, das, das Menü klicken, und das, das dauert relativ lange. Besser wäre es, wenn wir das in der Handelssystemanalyse im Ninja-Trader machen. Dazu gehen wir jetzt zurück zum Kontrollzentrum. Wir wählen unter Neu die Handelssystemanalyse aus. Ja, so, die öffnet sich jetzt in einem neuen Fenster, und sobald das passiert ist, ziehe ich diese auf die Chart. Na, komm, wo ist sie? Das dauert wirklich relativ lange. Ja, jetzt ist sie aufgegangen. Ups, die Handelssystemanalyse. Wir wählen diese aus. Hier wählt man jetzt zunächst als Unterstrategie unsere Cap-Trader-Strategie aus. Wo war sie? Sie wollte die Breakout, ja, mit unseren Parametern hier. Und, ja, jetzt können wir diese Strategie auf ein Symbol oder auf mehrere Symbole anwenden. Ja, in dem Fall wenden wir die Strategie einmal auf eine Vielzahl von Symbolen an. Nehmen wir praktisch den DAO 30, also 30 Symbole im DAO Jones, ja, auf 5 Minuten Basis. Und wir testen jetzt vom, ja, Januar 2019 bis heute, bis zum 23. September, also bis gestern. Und wir klicken auf Ausführen. Und ich hoffe, dass ich jetzt schon alle Daten, ja, vorgeladen habe. Das hatte ich eigentlich vorher gemacht. Ja, das geht relativ schnell, genau. Ja, falls Sie die Daten noch nicht runtergeladen haben, wird der erste Testlauf bei Ihnen etwas länger dauern. Ja, das kann dann schon mal ein paar Minuten dauern. Aber beim nächsten Testlauf, da man die Daten dann hat, geht es dann wesentlich schneller. Okay, gucken wir uns unsere Resultate an. Ja, sobald das hier fertig ist, ja, sehen Sie hier, dass, ja, die Resultate durchaus unterschiedlich sind, ja. Interessant ist immer das kombinierte Ergebnis, ja. Ja, Sie sehen können hier kombiniert praktisch, ja, auf alle Symbole angewendet, hätte diese Strategie durchaus einen relativ guten Gewinn gemacht. Ja, im Longfall zumindest. Was ja schon mal nicht so schlecht aussieht, ja. Gucken wir uns nochmal Microsoft an. Ja, Microsoft selbst hätte auch einen Gewinn gemacht. Warum hatten wir diesen Gewinn nicht auf der Chart gesehen? Das hat damit zu tun, dass ich auf der Chart, ich glaube, nur 50 Handelstage eingestellt hatte, was ja relativ wenig, viel weniger sind als der 1. Januar 2019 bis heute. Also da war die Range des Backtests nicht die gleiche. Okay, gut. Soweit zur Strategie. Gibt es Fragen? Okay. Falls das nicht der Fall ist, möchte ich Ihnen noch gerne eins unserer Tools vorstellen, ja. Und zwar ist dieses Tool Trustfolio. Das ist ein Tool, das sehr gut mit dem Ninja-Trader zusammenarbeitet und ist ein Tool zur Analyse von Handelsportfolios. Ja, was ist ein Handelsportfolio? Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben ja ein Handelskonto, möchten auf diesem Konto aber nicht nur eine Strategie handeln, sondern eine ganze Vielzahl von Strategien. Vielleicht eine Strategie für, ja, für Long-Position, vielleicht eine für Short-Position, vielleicht eine für Swing-Trading, vielleicht eine oder ein paar Strategien für Day-Trading, ja. Wie kann man jetzt rauskriegen, ja, wie würde das gesamte Portfolio, was wäre die Performance des gesamten Portfolios in Sachen, ja, Profit, Profit-Faktor, Drawdown und allen möglichen Performance-Metriken, Performance-Kennzahlen. Ja, das geht nicht mit dem Ninja-Trader, ja, da muss man jede Strategie einzeln testen, aber man kann die Resultate nicht kombinieren im Ninja-Trader. Ja, um, ja, um diese Limitationen zu bedienen, haben wir das Tool Trustfolio entwickelt, das stelle ich Ihnen jetzt einmal ganz kurz vor, ja. Mit diesem Tool kann man praktisch, ja, verschiedene Handelssysteme kombiniert testen, ja, um den Portfolio-Effekt, ja, der Kombination dieser Handelssysteme herauszubekommen. Ja, wenn das Tool gestartet ist, sieht es so aus, was man jetzt machen kann, man kann in dieses Tool seine Backtest-Daten, die vom Ninja-Trader stamm, laden. Zum Beispiel für unsere Volatility-Breakout-Strategie habe ich jetzt ein paar Backtest-Daten heruntergeladen, die kann man sich ganz einfach aus dem Ninja-Trader, aus der Handelssystemanalyse ziehen, ja, und als CSV abspeichern, diese kann man dann in unser Trustfolio, ja, einlesen, per Drag-and-Drop, ja. Und man sieht hier zum Beispiel schon mal die kombinierte Performance von all diesen, ja, Testläufen auf verschiedene Symbole angewendet, ja. Das geht aber auch im Ninja-Trader, soweit ist es noch nicht neu. Was jetzt aber schön ist, dass man sich verschiedene Unterportfolios anlegen kann. Zum Beispiel wäre, ja, dieses erste Portfolio vielleicht unsere Volatility-Strategie, ja. Okay, dann ziehe ich die mal hier rein in dieses Unterportfolio, ja, das ist jetzt hier drin. Und jetzt haben wir vielleicht noch eine andere Strategie auf unserem Handelskonto laufen. Wenn Sie beim letzten Webinar dabei waren, da hatten wir uns ja eine Reversal-Strategie rausgesucht, ja, vom James, vom Cameron, die nur Short gehandelt hat zum Beispiel, ja. Und wenn wir jetzt rauskriegen möchten, ja, wie würden denn beide Strategien zusammen performen als Portfolio, ja, könnten wir auch diese Reversal-Test-Cases einlesen, ja, die praktisch von der Reversal-Strategie stammen. Ups, eine Sekunde, ach, ich muss das natürlich erst auswählen, ja, Reversal-Strategie. Ja, jetzt lese ich auch mal an diese Strategie, ja, die Testergebnisse ein. Die habe ich auch schon mal einmal vorbereitet, damit es etwas schneller geht. Okay, so, jetzt haben wir hier unsere Reversal-Strategien, die zusammen 5000, ja, Euro, Dollar eingebracht haben. Wir haben unsere Volatility-Strategie und jetzt haben wir unser Master-Portfolio hier, was den kombinierten Effekt beider Strategien anzeigt, ja. Und nicht nur in der Sache, dass die Profite zusammenaddiert sind, aber auch für Drawdown, für das Sharpe-Ratio, das Sortino-Ratio und alle möglichen Performance-Kennzahlen für das gesamte Portfolio. Ja, ja, und so könnten Sie jetzt praktisch, ja, verschiedene Unterportfolios hinzufügen, vielleicht noch eins für Währungstrates, eins für Future-Trates oder was Sie auch immer in Ihrem Handels, was Sie auch immer auf Ihr Handelskonto anwenden möchten. Und Sie können sich die kombinierte Performance, ja, dieser Handelssysteme anschauen mit diesem Tool. Ja, was auch schön ist, man kann zum Beispiel sich angucken, ja, wie, welche Monate haben am besten funktioniert und welche waren vielleicht nicht so doll, welche Wochentage funktionieren besser als andere oder, ja, welche Handelsstunden, ja, funktionieren besser als andere. In diesem Fall haben wir ja nur Aktien gehandelt, wie Sie sich erinnern, für, ja, für die Volatility-Breakout haben wir ja nur von 9 Uhr bis 10.30 Uhr gehandelt, ja. Ja, die andere Strategie hat dann den ganzen Tag gehandelt, aber vielleicht weniger am Handelsschluss. Ja, gut. Es gibt außerdem auch noch die Möglichkeit, sich, ja, die ganzen Kennzahlen als PDF oder als CSV speichern zu lassen. Das zeige ich Ihnen noch einmal ganz kurz. Und dann mache ich dann mit meinen Folien auch weiter. Ja, hier ist zum Beispiel so ein PDF-Ausdruck mit allen Kennzahlen, die Sie auch schon im Tool gesehen haben und zum Schluss auch noch mit einer Liste aller Trades, die ausgeführt worden sind. Was vielleicht gar nicht schlecht ist für Ihre eigenen Unterlagen oder auch zur weiterführenden Analyse. Okay, so, soweit zum Trustfolio. Falls Sie an dem Tool interessiert sind, es gibt eine kostenlose Demo-Version, die wir für sieben Tage zur Verfügung stellen, über diesen Link tradingindicators.com-trustfolio. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ja, dieses Tool gibt es nicht nur für Ninja, aber es funktioniert auch mit Backtest-Daten von TradeStation, Think or Swim und MetaTrader 4. Ja, und mit diesem Tool könnten Sie praktisch Backtest-Ergebnis von all diesen Plattformen miteinander verbinden und auch analysieren. Okay, unsere Matcha-Strategie, und damit werde ich jetzt auch das Webinar beenden. Wir haben uns im Haus, ja, beschäftigen uns natürlich auch mit Strategien, ja, nicht nur für Kunden, sondern auch für unseren eigenen Handel. Und da haben wir die Matcha-Strategie entwickelt, ja, die ein, ja, auf ein, ja, ein originelles Muster setzt, ja, auf eine Kombination von, ja, Candlestick-Patterns und anderen Indikatoren nutzt, ja. Und basierend auf diesen Mustern handelt diese Strategie und ist eigentlich eine sehr schöne Strategie, die universell auf alle möglichen Asset-Klasses, also auf Aktien, CFDs, Futures und sogar Währung einsetzbar ist, ja. Falls Sie an dieser Strategie Interesse haben oder die vielleicht mal testen möchten, lernen Sie sich diese kostenlos von blackcherryinvest.com runter, ja. Die Lite-Version, die es kostenlos gibt, ist für diese Symbole von Aktien und Futures freigeschaltet, ja. Für die Vollversion müssten Sie mich dann noch einmal kontaktieren. Gut, ja, das sind praktisch unsere, ja, unsere Angebote an Sie. Als allerletztes, wie immer, ja, ja, haben wir weitere Webinare geplant. Das nächste gibt es jetzt am 15. Oktober, wo wir uns von einer Day-Trading-Strategie von David Bean beschäftigen werden, ja. Da ist dann Ricky Chang dran und dann Tobi Crabill, ja. Ja, aber für die Zeit danach haben wir noch nichts geplant und da würden wir gerne Sie um Hilfe bitten, ja. Falls Sie einen Vorschlag haben für ein Webinar-Thema, für eine Strategie, die Sie vielleicht einmal, an der Sie Interesse haben und die Sie vielleicht einmal analysiert haben möchten, machen wir das gerne, ja, in diesen Webinaren, ja. Dazu schreiben Sie mir einfach unter meine E-Mail-Adresse oder kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular unter blackcherryinvest.com. Gut, ja, bei Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne auch persönlich am Telefon zur Verfügung. Beachten Sie dabei aber, dass ich nicht, ja, in der deutschen Zeitzone wohne. Gibt es Fragen? Okay, das scheint, glaube ich, nicht der Fall zu sein. Ich gucke noch einmal ganz kurz in das Chat-Window. Ja, das ist still. Okay, gut, dann beende ich dieses Webinar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 持zinger? Ribez行, werde ich nicht ein paar Zw beraber, nicht mal. Sch favour foi tor nearby. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020